London, obwohl Prinz Harry kürzlich in London war, hat er sich nicht um ein Treffen mit der Krebskrankenkarte bemüht. Eine bittere Enttäuschung für die Prinzessin, zumal sich Harry und Meghan kurz darauf als Gutmenschen in Afrika aufspielten. Prinzessin Kate, kein Besuch von Prinz Harry Seit sie in einem berührenden Social-Media-Video ihre Krebserkrankung publik machte, hat sich Prinzessin Kate, 42, zurückgezogen. Wie es ihr wirklich geht und ob die präventive Chemotherapie anschlägt, wissen nur die wenigsten. Doch alles deutet darauf hin, dass es um die dreifache Mutter eher schlecht bestellt ist. Zumal sie sich im Gegensatz zu ihrem Schwiegervater König Charles III, 75, der ebenfalls gegen die heimtückische Krankheit kämpft, überhaupt nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigt. Und trotzdem hält es Prinz Harry, 39, offenbar nicht für nötig, Kate wenigstens einen kurzen Besuch abzustatten. Ist Harry seine Familie inzwischen komplett egal? Als er für die Feierlichkeiten seiner Invictus Games kürzlich ein paar Tage in London war, ignorierte er die kranke Prinzessin komplett. Dabei schwärmte Harry einst von seiner Schwägerin, sie ist wie die Schwester, die ich nie hatte. Doch das ist offenbar Schnee von gestern Über seinen Sprecher ließ der royale Aussteiger lediglich verkünden, dass sein Vater keine Zeit für ihn gehabt habe. Einen geplanten Besuch bei Kate gab es wohl gar nicht erst. Bei ihr hatte Harry nie angefragt, so ein Palast-Insider. Wie traurig! Stattdessen musste die Frau von Thronfolger William, 41, mit ansehen, wie sich ihr Schwager und dessen Frau, Herzogin Megan, 42, bei ihrem Besuch in Afrika feiern ließen, während sie selbst zu schwach für Auftritte und Reisen dieser Art ist. In Nigeria bewaben die Sasexes die Invictus Games, genossen das Wetter und die Gastfreundschaft. Es verletzt Kate und die übrigen Royals, dass Harry und Megan ihre Titel ausnutzen, um Geld in eigener Sache zu sammeln und sich als Wohltäter aufzuspielen, so der Hofexperte. Anstatt Kate und der Königsfamilie in dieser schweren Zeit ihre Hilfe anzubieten, machen sie eine Tour durch Nigeria, um ihren eigenen Ruf aufzupolieren. Dabei müsste die Familie jetzt zusammenhalten.